Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr seht es, Dortmund-Shirt. Heute ist im Vereinsfußball höchstwahrscheinlich der wichtigste Spieltag des Jahres und mit Abstand für uns Dortmund-Fans einer der größten Tage in der Geschichte unseres Vereins. Champions-League-Finale heute, alle Gaming-Nerds von euch, die nichts mit Fußball zu tun haben, ich komme gleich zum Thema. Für alle anderen drückt uns die Daumen. Real Madrid heute schlagen, 21 Uhr Anpfiff, ich freue mich riesig. Hab deswegen auch extra Stream frei, hab aber super krasse interessante Themen, unter anderem Lawsuit von Activision gegen Engine Owning. Das sind diese Pappkameraden, die noch dümmere Kunden gefunden haben, die so maximal geistig eingeschränkt sind, dass die jeden Monat 10, 15, 20 Dollar bezahlen, damit sie in Rebirth Island cheaten können und im Multiplayer und wo auch immer. Also, es tut mir leid, aber ich kann, ich werde niemals verstehen, wie man so eingeschränkt sein kann, dass man das für eine sinnvolle Investition und für eine gute Idee hält. Es gab ein Lawsuit, es gab ein Gerichtsurteil, ist richtig spannend, und Engine Owning versucht sich zu verteidigen und lügt dabei ein bisschen. Das werde ich euch alles vorstellen. Eine Sache will ich aber ganz kurz erwähnen. Keine Werbung, kein gar nichts. Das, was gestern, und ihr habt es alle mitbekommen, in Mannheim passiert ist, das Attentat und das, was einen Tag vorher in Potsdam passiert ist, das ist alles eine krasse Entwicklung. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob wir über eine dieser Thematiken vielleicht einmal sprechen sollten, weil das, ehrlich gesagt, mir auch Angst macht teilweise. Aber zwei Gründe, warum ich das nicht mache. Das eine, ihr solltet diese Videos gucken, euch informiert fühlen, unterhalten fühlen, Spaß haben. Ich bin kein Politik-Kanal-Creator. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe von vielen dieser Thematiken einfach viel zu wenig Ahnung, als dass ich mir anmaßen könnte, über all diese Dinge, die in Deutschland, Europa passieren, groß drüber zu sprechen. Leider gibt es sehr, sehr viele, die der Auffassung sind, sie sind dazu berufen. Das ist auch in Ordnung. Wir behalten das hier bei Gaming, bei alles, was Gaming angeht. Das heißt, glaubt nicht, dass mich das alles nicht interessiert, aber es passt hier einfach nicht rein. Was ist der Lawsuit also? Also, ich zeige euch das und passt auf, wir switchen jetzt zu einem weißen Hintergrund. Er ist gerade noch ein bisschen dunkel, aber der Hintergrund wird gleich ein bisschen weiß. Activision hat Engine Owning verklagt. Das sind ja diese Schwachmarken, die eben, ich glaube, das ist auch die größte Cheat-Seite auf der Welt, diese Seite haben die verklagt. Unter anderem haben sie eben auf Schadensersatz geklagt und all diese Sachen. Das heißt, wenn ihr richtig dumm seid, könnt ihr hier erfolgreich für 10, 15 Dollar im Monat Cheats kaufen. Und Activision hat diesen Lawsuit tatsächlich gewonnen. Und jetzt passt auf, das wird weiß. Hier ist es niedergeschrieben. Und zwar geht es um bestätigte 72.328 Fälle. Jeder dieser Fälle ist mit der Mindeststrafe von in dem Fall 200 Dollar versehen. Was bedeutet, das Gericht hat gesagt, die 72 mal 1200 irgendwas sind 14.465.600 Dollar. Na, das Gericht hat es als eindeutig erwiesen, dass das der Mindeste oder Mindestschaden ist, der durch diese verkauften Cheats und durch die Trotte, die das kaufen, an Activision auferlegt wurde. Dazu kommen Rechtsanwaltkosten in Höhe von 292.912 Dollar. Dazu kommt, und das ist das Interessante, die Homepage engineowning.to. Und ihr seht, sie ist aktuell noch verfügbar. Wird in den Besitz von Activision gehen, was auch sehr unterhaltsam ist. Und dann, ihr könnt das nachlesen, ist unten verlinkt, ist ein öffentlicher Lawsuit. Das heißt, könnt ihr alle nachlesen. Ist ja noch ein bisschen was darüber, was aber nicht mehr wichtig ist. Engineowning hat sich dazu natürlich geäußert. Und sie erzählen ein bisschen Schwachsinn. Zuerst sagen sie, die Personen, die diese Homepage laut dem Gericht führen sollen, sind schon seit Jahren inaktiv, deswegen geht das alles gar nicht. Das ist viel Gelaber. Reden sie darüber, dass sie demnächst einen kostenlosen ESP-Cheat anbieten wollen. Dass sie aktuell Probleme mit dem bezahlten Cheat-Programm haben. Dass sie überhaupt gar nicht bereit sind, irgendein Geld zu zahlen. Und, dass sie, anders als Activision das angeblich behauptet, sind die User-Daten von den Leuten, die dort die Cheats kaufen, natürlich nicht rausgeben und dass die gesichert sind. Tatsächlich ist in diesem gesamten, ich habe alle Seiten dieses Gerichtsverfahrens durchgelesen, die öffentlich einsehbar sind, die sind ja aufgeteilt. Nirgendswo steht was davon, dass an die privaten Daten der Leute rangegangen wird. Dann, das ist ganz witzig, sagen sie ja, ja, unsere Homepage wird uns nicht weggenommen. Aber zur Sicherheit haben wir hier ein paar andere Homepage-URLs gesichert, auf die ihr auch gerne zugreifen könnt. Und dann gibt es hier so eine Übersicht. Das heißt, ich glaube, denen geht ein bisschen der Arsch auf Grundeisgarde. Das hier ist eine Suche von NorfData. Über NorfData könnt ihr über verschiedenste Firmen grundsätzliche Dinge herausfinden, solange sie beim Amtsgericht oder beim Handelsregister ganz normal registriert und angemeldet sind. Das hier verstößt in keinster Weise gegen geltendes Recht, denn das ist eine einfache Google-Suche, die ihr, wenn ihr das hier einfach eingebt, wo sitzt Engine Owning, als zweites findet. Das heißt, braucht auch keiner jetzt irgendwie denken, dass sich hier irgendjemand Strafvermacht. Das ist öffentlich einsehbar. Das gilt für viele Firmen. Der Sitz von Engine Owning war bisher, war in Pfaffenhofen an der Ilm. Bin mir nicht ganz sicher, wo das ist. Ingolstadt wird also sehr südlich von Deutschland sein. Und hier sind auch die Eigentumsverhältnisse oder Verhältnisse. Plus von Engine Owning, die ganzen hier aktuell ist immer rot und vormals ist hier grau eingelegt. Wer Geschäftsführer ist, wo das Ganze sitzt. Sitz in Deutschland würde justiziar bedeuten, die USA hätten, oder in den USA ist die Aktivistin ja vertreten, hätten eine Handhabe, wenn sie hier um Amtshilfe der deutschen Regierung bitten. Beziehungsweise der deutschen Gerichtbarkeit. Jetzt ist aber das Problem, dass ich gehört habe, dass Engine Owning in Dubai mittlerweile sitzen soll. Ich habe dazu nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob das, was in diesen ganzen Nachrichten hier steht, 100% korrekt ist. So wie es aber aussieht, ist es so, dass die vor einiger Zeit ihren Sitz offiziell von Deutschland nach Dubai verlegt haben. Jetzt kann man lange drüber philosophieren, ob ein amerikanisch ansässiges Unternehmen mit einem amerikanischen Urteil, in Deutschland würde man wahrscheinlich übersetzt Titel sagen, in der Lage ist, Geld einzutreiben von einem Unternehmen, was in Dubai ansässig ist. Das weiß ich natürlich nicht, aber es bedeutet, dass Activision aktiv tatsächlich, unter der Schirmherrschaft von Microsoft mittlerweile, gegen Cheat Provider hergeht. Und es gibt natürlich noch hunderte andere, das ist gar keine Frage. Aber, und das ist das große Aber, sie machen es zumindest. Und sie versuchen es zumindest. Ich habe das Gefühl, dass das kein wirklicher sofortiger Wendepunkt wird. Es wird aber dafür sorgen, dass Cheat Provider in Zukunft größere Probleme haben, Aimbots, Wallhacks und alles Mögliche an die Leute zu vertreiben. In diesem Artikel hier von Microsoft, muss man halt vorsichtig sein, Microsoft, natürlich Owner von Activision, sind natürlich hier auch nicht unabhängig in dem Fall, sprechen sie davon, dass eben Engine Owning.to von den Betreibern angegeben wurde, eben mittlerweile in Dubai zu sitzen. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber es ist Tatsache, es wird aktiv dagegen vorgegangen. Und diesen ganzen Schwachmaten, die sich da Cheats kaufen und den Schwachmaten, die es anbieten, geht es jetzt langsam an den Arsch. Für so einen wunderbaren Tag wie heute sind das meil und meil und nach gute Nachrichten. Und ich werde niemals verstehen, wie man in solchen Games, wo man kein Geld gewinnt, wo man keinen Ruhm gewinnt, wo man, man gewinnt nichts und man weiß ja, dass dieses Programm für einen das Ganze übernimmt. Ich werde niemals in meinem Leben verstehen, wie Leute bewusst dafür Geld ausgeben können, aber vielleicht ist mein Horizont auch zu begrenzt, als dass ich das verstehen kann. Ich hoffe, das hat euch heute ein kleines Lächeln auf die Binsen gebracht. Feuert heute Abend den BVB an, Leute. Es ist ein deutscher Verein, der international die Flagge immer noch hoch hält. Es war eine absolut krasse Saison für alle deutschen Vereine, ob für Leverkusen, für Bayern, für Dortmund. Drückt ihnen die Daumen, drückt mir die Daumen. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video und bloß kein Alar Madrid heute. Haut rein!